willkommen zu level 7 von dem vorletzten level und wie ich gehört habe john romeros gesamter stolz ich bin also echt gespannt auf die map für die wird was sie wird ich war die letzten zwei maps waren er eher so die vorletzte map war einfach ein dapier rinnt und die letzte map war einfach fallen als fuck ich bin gespannt was das für eine map wird auf jeden fall soll die wohl sehr groß sein ja sechs secrets und das erste gleich gefunden ist das gesund lol wenn wir das jetzt gerade gebrauchen könnten wir es geil wir werden uns auf jeden fall merken dass hier was ist schade hier nicht geil du hast ja gerade davon gesprochen hoffentlich werden wir wenigstens hier ein paar finden und gleich das erste gewähl wir haben gleich zwei gefunden momentchen bald Hallo? Oh, okay. Er hat die Entertasse nicht geschluckt. Hier ein Secret. Ah, okay. Und das Knopf drücken und damit runtergehen, das ist ein zweites Secret. Okay. Nice. Also quasi ein Secret im Secret. Oh, schon wieder über die Lava. Oh, oh. Na, komm hoch. Komm her. Komm her. Bis Geburt. Trab an, Mädel. Wow, schau geschein. Der ist er. Kann man auch schon hier als Rückschlugspunkt benutzen. Okay, Feind Nummer 1 ist tot. Leider kann man hier keinen Haken schlagen, ey. Ich wollte gerade nach rechts hechten, aber ehe der reagiert hat, war ich schon gut drauf. Äh. Wo denn? Ah. Boah, Alter, schon wieder. Na ja, der Vorteil, wir werden die Blaukugel wohl doch brauchen. Ah, Gott. Sieht schon wieder nach Falle aus. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann gehen wir aber erst mal hier weiter. Hä? Wollt ihr gerade ein Backpack gekommen? Nee. Ich kann gerade so. Ach so, ist hier unten der Boden. Okay. Ach nö, nicht Lava. Ah. Okay. Wir werden die Blaukugel sowas von gebrauchen. Na komm, wo ist denn der Kaku die man jetzt hier? Gucken wir mal bitte wieder raus? Nee, ne? Also müssen wir doch hier unten lang. Ach nö, das ist auch noch Lava. Ah, okay. Doch nicht. Allzu lang. Sehr schön. Hä? Hä? Boah, Alter. Reflexe. Wie ein Gott. Hä? Oh, hier ist ne... Geht ihr hier die Kante? Ich dachte, da ist ein Secret hinter. Schweinerei. Ich will meine Secrets haben. Ja, Arschlöcher. Vor allem die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Ja klar, das war natürlich Lava. Ach komm, leg dich doch. Nee, ja, die will sich mal nicht weiter. Wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Da musst du ja irgendwo weitergehen. Och ne, wir sind gleich am Anfang. Och man, nein, das gibt's doch gar nicht. Oh, heißt also, du bist auch noch da? Ja, ja. Komm, pack auf, machen wir die Kante hier fertig. Ach, die kamen alle hierher, die sind reingelaufen oder was? Das macht natürlich Sinn. Irgendwo. Nee, wie gesagt, die Secret-Zie heben wir uns mal auf. Wow. Geht doch. So, mehr sind da nicht. Ich sollte öfter speichern. So, Speicherpunkt Nummer 1. Hab euch auch lieb. Wow. Komm mir vor, wie im Korea-Krieg. Also, ich wäre in Afghanistan. Da muss man ja auch passen, weil wenn man hier geduckt läuft, kann man hier durchlaufen. Und das ist natürlich nicht gewollt. Ich hab gewonnen. Na, sind am Ziel. Oh mein Gott. Egal, lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal lieber. Wir wollen uns hier an Riegeln halten. Na, der ist tot. Das ist Geschichte. So, mehr kann man hier erstmal nicht machen. Hier kann man auch nichts machen, auch wenn ich das dachte. Ja, okay. Ist also bloß ein Aussichtspunkt. Er eben, er hat es also, es geht nur hier unten weiter. Genau in die falsche Richtung gerannt, war natürlich klar. Äh, ich mach's am besten so hier. Oh, alter. Ach, nee, komm, das geht nicht. Ich muss jetzt mal gerade auslaufen. Ansonsten bleibt sich einfach überall hängen. Hä? Ah, okay. Ah. Hä? Okay, got it. Hä? Och, läck mich doch am Arsch. Ich bin doch vorhin überall langgelaufen. Ne Krise. Also erstmal das Setting da auslösen. Bam. Arm auf. So, wie löse ich jetzt das Ding? Also hier bitte... Nee. Wie löse ich hier die Kacke aus? Hallo? Wollt mich verarschen? Wie öffne ich die Tür? Ah, wow. Gut, welches von den Dingern? Ja, läck mich. Gut, die linke öffnet das Ding. Die mittlere... Öffnet das Ding auch. Ah. Machen scheinbar alle drei das gleiche. Gut. Gut. Ja. Manchmal fragst du dich echt, wie du auf solche Sachen kommen kannst. Äh, sollst. So, jetzt kamen da solche Dinger raus. Muss ich jetzt hier noch was aufschießen? Schießen? Ne, ne? Ne. Womit dann wieder die Frage wäre, wie ich jetzt weiterkomme. Das gibt's doch gar nicht, ja. Hat sich auch nichts geöffnet oder so. Oder ist hier wieder irgendwas, was wir anschießen müssen? Weil ich war jetzt noch bei den ersten 4 Leveln, da war extrem viel, wo du Sachen durch aufschießen öffnest. Aber solche Dinger sehe ich hier einfach nicht. Von daher wäre halt die Frage, sehe ich die einfach nur nicht? Oder sind die hier gar nicht da? Ich weiß das nicht. Ich hab keinen Plan. So, hier ist was Blaues. Naja, da kommen wir aber nicht hin. Keine Chance. Das geht so nicht. Also wieder mal rumschießen. Also wieder mal rumschießen. Also wieder mal rumschießen. Ich hab mich hier in den Händen. Also wieder mal rumschießen. Aber im Aufragung haben wir ihn nicht mehr. Aber im Verstand ist es nicht. Und zwar nur noch was ich. Es ist nicht ein Problem. Also wieder mal rumschießen. rumlaufen wird auch nichts ist doch bloß ein texturfehler hier an der stelle das gibt es doch gar nicht was muss er jetzt hier machen also am sinnvollsten wäre er wenn wir hier landen müssten aber hier kommen wir nicht durch sie gibt es ja auch keine ich würde es nicht so gut ist doch gar nicht sehr also auch für die märz von romeros gesamter stolz ist irgendwie mein gesamtes verhängnis so gut was zur hölle müssten wir denn ich bin verwirrt ich weiß nicht gerade irgendwas oder ja das läuft jetzt oh alter ich hasse dich so sehr ernsthaft jetzt das soll eine tür darstellen also john romero bitte für zukünftige maps und da ist das das ist schwachsinn wie soll man bitte schön darauf kommen ganz ehrlich wie soll man darauf kommen dass man etwas anklicken kann ich nehme mich mit und du ne weißt auch nicht dann lasse ich dich erstmal ich bin ich bin ich bin ein großer großer raum mensch mal hier ist eine blase vielleicht kann doch das secret sein geht es wirklich einfach nur einmal rum schade eigentlich ach da oben Nein, ich soll mich hier nicht verstecken Da Na dann, komm mal her Hä? Waren wir nicht gekratzt? Waren wir nicht hier? Ach so Wow War das ein Impfen? Deck mich Der lebt immer noch Na komm her Oh, alter Vielleicht will ich auch noch an dem Typen hängen Kriegst du irgendwann echt zu viel Kriegst du da So, räume ich erstmal hier oben auf Schön ins Bein geschossen Oh Ob das für ein Secret ist? Das war zumindest fünfter Bereich wo wir ganz am Anfang der Map der Kaku die man herkam Ja, ist das ein Secret? Nicey dicey Backpack We have a Backpack Schade, kein Secret im Secret Das heißt, wir haben schon mal vier von sechs Secrets Hä? Achso So Okay, geht bitte Wir müssen also hier die Treppe wieder rauf Schade Okay Hallo, jemand zu Hause? So Hier ist eine Tür, da brauchen wir mal einen roten Skulp haben wir noch nicht Denke ich erstmal in eine andere Richtung Hier lang Oh, Mann Hä? Ich hab gar nicht gespeichert Ich hab natürlich gar nicht Ich hab doch gerade gespeichert oder nicht? Ach, leck mich doch alle am Arsch Das geht mir so hart auf den Sack Komm her So Jetzt aber speichern Dankeschön Okay Hä? Wir können wohl langsam mal die Plasma-Waffe einsetzen Weil unser Plasma-Arsenal Kann man das so sagen? Keine Ahnung Ist voll Hm Ah, wo denn? Arschloch Arschloch Oh 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 War natürlich klar, ich dachte, das wurde... Egal, ist egal, ist egal, dass die immer so zeitversetzt spawnen. Was? Eine BFG wird nicht mal mit rein, sondern... Hey, Momentchen mal. Nee, das kann ich quasi nicht herhauen. Das war gerade nicht der primäre Schuss, oder? Ach. Das ist ja gar nicht die richtige BFG, das ist ja nur diese andere Waffe. Wow. Ja gut, okay, das war natürlich dumm. Ja, die hat doch kaum Kraft. Nee, komm, kann ich vergessen. Denn da habe ich lieber bei der normalen Plasma-Waffe, weil das Problem ist, bei der BFG, bei der siehst du halt nichts mehr, weil die halt diesen extrem großen Flair macht. Mann, ich wollte anvisieren, geht aber der gar nicht. Stürpfeil. Stürpfeil. Schafft. Also nur gerade so. Ey, aber fast genau 100 Stück gebraucht. Also effizienter geht's quasi gar nicht. So, wo waren jetzt hier diese beiden Lost Souls? Ha. Aha, da sind sie. Wow. Das ist schneller als der Polizeierlaub, diese Feature. Wie kommen die immer so schnell her? So, wieder. Die sind zu schnell. Na, komm. Boah, Alter, von da oben? Ja, klar. Hallo? Wo ist denn jetzt der Zweite? Klar, da drinnen. Ach komm, dick mich. Hey, da ist noch einer. Hm, ist das ein Seekwit? Komme ich da rein? Bringt das was? Ja, ich weiß, das mit der Rüstung war jetzt eine Ultra-Verschwendung. Aber zumindest um zu gucken, ob es was bringt. Nein, es bringt nichts. Na gut, dann lassen wir das auch erstmal. Ist auch kein Seekwit. Von daher lassen wir das mal komplett sein. Was war so denn? Arschgeburt. Okay, the questions. Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Ich probiere mal ganz kurz, ob wir das hier aufnehmen müssen. Ne, ich höre nichts. Okay. Wir müssen es also nicht aufnehmen. Weil das kennen wir ja direkt aus der zweiten Map, glaube. Da war es ja so, dass man bestimmte Items aufnehmen musste, damit man in der Map weiterkam. Das scheint hier zum Glück nicht der Fall zu sein. So, wir haben jetzt den roten Skull. Wo kommen wir damit hin? Der rote... Ach, in die vorhin gefundenene Tür. Hätten wir also gleich da bleiben können. Äh, da unten. Einmal Ruf da. Ah, komm. Über diese komischen Treppen, ey. Da kriegst du ja Aids vom Ast machen. Gleichzeitig. So, mal gucken, was dir erwartet. Ich halte die Waffe frei. Ach, blau. Wow. Digga, die Waffe würde da vollkommen dran vorbei schießen. Seht ihr? Ich habe da mindestens 50 Meter. Aber die scheiß Plasmokugeln sind so fett, dass sie einfach übergegen prallen. Also keine gute Idee. Geht doch. Geht doch. Ach, nö, nö, nö. Ach, nö. Ach, nö. Hä? Was ist doch um, was sich das gerade aufgetan hat? Wir werden es nie herausfinden. Und jetzt? Hey, komm ich hier wieder raus. Ach, ist hier runtergegangen. Okay, sehr schön. Sehr schön. Ach, du Scheiter. Ach, du hast es nicht. Ach, du hast es nicht. Ach, du hast es nicht. das sieht schon wieder aus wie cyberdemon oder bei der mastermind oder sowas ist das stimmt bei der mastermind fehlt noch so das sieht wieder aus wie erst mal gegen schießen muss wer ist denn wo denn Leute ok ist eine Falle hey Secret kann ich dir gar nichts nur eine Falle nur eine billige Falle ok ok oh man kann die hoch boah der ist nämlich zu viel ne man dann muss ich erstmal rausrennen ja hallo hi was so also bei mir sehe ich gerade als erstes ne also ähm kreft ihr mich jetzt hier nicht an oder siegt der mich einfach was war das denn gerade für eine Aktion wieso hat der mich nicht angegriffen hat der mich jetzt gerade ernsthaft nicht gesehen oder was jetzt wo bist du wo ach da hä ach ne das Ding geht nur einmal runter ist ja Arschloch aber man kommt da scheinbar sowieso nirgendwo rein weil das ist alles zu hoch um da rauf zu gehen doch die könnte mal rauf kommen ich probier's mal ganz kurz id clip bam id clip und jetzt gucken wir mal rauf ja doch da kommen wir rauf ja ist aber kein Secret schade eigentlich aber die kommt man nämlich nicht rauf aber eben bei denen da kommt man halt leider rauf äh leider leider kommt man da rauf es tut mir so leid tschüss kacko die man hier halt denkt glaub's ja komm her bis zur Geburt ich hab dein ober gefickt die war alt aber sexy haha nie ok doch kann man hier wo kommt er ja noch einer wo kommen die her ist das schon wieder so eine so eine wand die wo man nicht durchgucken kann aber äh oh mein gott ich hasse gegner weißt du was hier du kommst mal ganz brav her egal wie kann man zweimal daneben schießen wenn er muss was hat das denn gerade für eine schwache nummer hier von mir da kann der bastard schon kaum ausweichen und ich schieße trotzdem noch daneben das geht doch alter da darfst du ja kein mal erzählen hier und so eine scheiße will ich bei youtube veröffentlichen da lachen mich ja alle aus das warum ist das denn jetzt gerade zugegangen das hätte eigentlich schon feuer zu gehen müssen oder nicht ja das ding ist immer noch offen hä ok macht nicht wirklich Sinn aber schmack seine mutter ja dochpersGliefger hier haben auch noch am meisten wo wo auch nehme sich die schöne munition offenло war die kommen wir davon 40 sind damit ich damit ich die munition denn auch einsammeln kann alles andere wäre verschwendung hier ist aber auch echt scheiße und fair dass die leute selber selber nicht verbrennen wieder auf den lawa da kommt noch einer mann halt das bullshit ja warum ist die jahrzeit auf lawa rumlaufen dort alter gut warte ich erst mal hier ein bisschen kämpfen kennt man ja von csgo kommt da jetzt noch wer oder ist das hier nur deko oder wie jetzt oder was hallo hallo hat er auf der erste noch mal als tot auch mal die sind schon wieder auf dem lawa auch kommen jetzt leckt mich halt mal ist doch ihr bullshit auf 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 dann Hä? Ja, von wo denn? Hä? Was ist da oben? Ah, hier könnte ich doch einfach mal eine Handkanade reinwerfen. Boah, kommen wir jetzt noch mehr? Na, tapp an! Was? Ach, das sollte eine Falle werden. Ja, da leck mich doch. Ah! Also doch ein Teleporter. Habe ich so wieder Teleporter? Hä? Ach, ist ein anderer Raum. Scheiße. Boah, alter, Leute. Wollte mich grad hier ärgern? Was geht hier grad ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ach so. Oh mein Gott. Ist doch bescheuert. Alter. Alter. Dieses ganze Rum-Teleportieren macht einen sowas von Gaga. Leck mich. Äh. Alter, ich wollte in den Raum zurück, du Arschloch. Oh, danke. Okay, das ist nichts. Was ist das? Ein Teleporter. Was ist das? So, hier können wir jetzt gleich die nächste Falle, ne? Ja, genau. Achtung. Ja, das glaube ich auch langsam. Das ist, glaube ich, echt drückt langsam. Ah. Von wo denn? Ach, da hinten. Wie konnte der, wie konnte der so schneiden? Wo soll ich schießen? Hallo? Ach, da hinten ist nur einer. Hä? Ich hab ihn doch voll getroffen, gerade. Wollten ihr mich denn verarschen hier? Der geht doch hier nicht mehr mit rechtem Ding zu. Ja, wo denn? Hallo? Ach, da. Digger, wie viele? Wollt ihr mich ru... Ach du kacke. Wollt ihr mich ruinieren? What? Mehr nicht? Okay. Ah, sobald ich jetzt auf der Raum hier. Nehmt mich. So, das sieht immer wieder aus wie so ein Kack. Ja. Kennt man ja. Hä? Wollen wir jetzt auch mal weiter? Achso. Okay, also alle Wege für nach oben oder zurück. Ist jetzt nicht wirklich grad schwer. Äh. Außer da kommt Gegner. Arschloch. Nein. Alter, ernsthaft jetzt? Hallo? Hä? Ershaft jetzt. Klar, noch ein Mini-Labyrinth hier am Ende. Tschüss. Tschüss. Wo bin ich jetzt so? Ach! Oha. Auch nö. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ihr habt doch alle krank. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Folgt mich eigentlich. Alter, das ist doch hier nicht mehr normal. Mal. Hä? wow boah, Alter hallo, ich will nichts mehr boah, ey, das ist das nicht für eine Kacke alter, kriegst du auch echt Asthma woher 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 da Das ist jetzt sogar ein Secret gedacht Weil irgendwie liegt da sogar Munition drin Habe ich da jetzt alles mitgenommen oder Habe ich das nicht auf die liegen lassen Weil bei den ersten Legern war ich ja nicht drin Oh komm jetzt mach her Doch war ich drin Okay cool dann war ich doch überall drin Sehr schön Boah alter Wieso was wohl mit Software-Vendoring aussieht Kriegst du ja Höhenangst Oh mein Gott Ah ja komm lieber runter hier Damit ich dich töten kann Oder so Okay Wo kam der denn gerade her Ich habe doch alle umgebracht Oder nicht Hat der sich noch versteckt oder Spawn die doch wieder rein Wobei nee Spawngeräusche kam ja nicht Ja ja komm her Danke dafür Noch einer Ja Das ist ne Verscheiße Von Munition Hup lol Bin ich gut oder bin ich nein Warum teleportiert sich immer so viel rein Ich habe keinen Bock mehr Ich bin nach Hause Hä Momentchen mal gelber Skulp Haben wir doch gar nicht Och leck mich doch am Arsch Haben wir gerade den Weltkrieg für nichts und wieder nichts bekommen Ähm okay Danke dafür Ach da ist er doch Easy Boah alter So ne richtige Parkour Map Ach du scheiße Ne tschüss Ich geh nochmal weg Bye bye Ha Min Ah Hier vornabend noch ne Menge Wo sind wir jetzt hin Digga wie konnte er mich Ich versteh das nicht ja Wenn ich so ne komischen Bälle habe Ob nun Plasma oder nicht sehr geil oder was Bleibt meine Kugel an jeder Ecke hängen Und die Digga aber überall kann vorbeischießen Das ist sowas von unfair Hä Deine Oma Goddammit Der hasst euch alle so sehr Okay ich locke die erstmal raus Ja ich locke die erstmal voll intelligent raus Na ne es wird nichts Oh ja ich fall auch noch rein Ich fall auch noch rein Meine bitte Dass du auf so viel achten musst Hä Was hab ich noch gelungen Leck mich du Wernsohn Ne geht auch nicht Hallo Ach scheiße Fuck 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 Ich seh das nichts Hallo Was mache ich noch mit euch Was mache ich noch mit euch Klar kriegt ihm das Wider schade weil ich so an der Wand bin Du kannst mit den Feature nichts anfangen Boah Alter Ist hier so eine scheiße Mücke hier Wie gehen wir weg hier Echt mal Da kriegst du ja Flack auf dem Tümmel Wer ist das behindert hier Da kommt der Das wird ein langwieriger Prozess Außergerichtliche Einigung ist nicht in Sicht Der Trepp an Mädel Guck her Ah Mann Alter Die ganze Zeit in der Ecke Oh ich hasse euch so sehr Ich hasse euch so sehr Ja So deal with it Bitch Hä Ach das war schon Oh okay Das war schon das Ende Gut dann suche ich mir jetzt nochmal Die ganzen Sequels daraus Mit der blauen Rüstung Und dem ganzen anderen Du dünnst Suche ich mir noch ein bisschen Plasmamunition und so Und das ganze Kack Ja der ganze Dreck halt Wisst ihr da schon ne Kennt ihr ja Boah Alter Ich lass mich mal da jetzt rein Hä Ach nö Oder Aber gut Aber Es gibt ja hier noch den anderen Weg Geronimo Oh Mann Alter Aber es war eine würdige Vorletzte Map Das muss man schon mal Offen zugeben Also Tatsächlich kommt man hier nicht mehr hoch Doch Ist völlig ganz egal Weil ich bin halt gesprungen Auf ein Mädel Äh But the question is Komme ich jetzt hier weiter Scheiße Ich komme ja gar nicht raus Das war ja mal Voll für die Katze So Hier war jetzt irgendwo noch Das Plasmagazin Guck doch noch Du bist aufgeladen Du bist Ach ja siehst Achso ich hab nur einer Okay So Die Frage ist Auf welcher von den beiden Seiten War jetzt das Magazin Hier schon mal nicht Dann warte auf der anderen Seite Tada Bam So Da fehlt mir das bloß noch Das muss ich jetzt bloß noch Ganz am Anfang Da wo ich nämlich Ähm Ja Das erste Secret her hatte Quasi Ich hab irgendwie das Gefühl Dahin kommen wir gar nicht mehr Momentchen mal Wie kamen wir denn Wie kamen wir denn noch hoch Ach ja Über diese Teleporter da Naja Da war ja was Äh Also wieder hoch Ne Halt Muss ich jetzt überhaupt lang Oh oh Und schon fängt die Versorgung an Hinten ist noch ein Secret oder kann das sein Ne kein Secret Schade Hä Achter Hinten Hinten Ich blicke nicht mehr durch Wie kamen wir denn jetzt Zu den anderen Dingen da Hä Always one Achso Ja Das ist meine Feststelltaste Die sollte man nicht allzu oft drücken Sonst hat man spätere Äh Oder Sonst hat man Probleme bei eventuellen Späteren Eingaben So Das müssen wir hier durch die Tür durch Genau Woa Ernsthaft Das Ding Das wie ich lebt noch Ist jetzt nicht so schön Arschgeburt So Hier brauchen wir einen Schalter Die müssen wir wieder drücken Okay Hat die wir selber gedrückt Ach Die legen wir auch Alle noch Ah That makes sense Not really But A little bit Okay Hier kam was mit dem ersten Ding Ne halt Da müssen wir doch hin Genau Hier mussten wir hin Und dann müssen wir hier wieder zum Hä Wie kommen wir denn zum Anfang der Map Hier halt ein bisschen weiter in die Richtung Oh mein Gott Was habe ich getan Ist das jetzt? Hä Ah Nice Wie da ist sie Die leben ja alle noch Na ja Es müssen noch viele Monster Wo im Koi schon fläuchen Da hinten müssten wir hin Aber dann müssen wir denn durch Durch das Lava laufen Ah genau Hier kommen wir nämlich nur noch Scheiße Kommen wir außen drum herum Da Kommen wir außen drum herum dran vorbei Ne ne Doch Könnte tatsächlich funktionieren Je nachdem wie das gebaut ist Das heißt also wir kommen Da müssen wir nämlich hin Um da nach Hause zu kommen Na gut Vielleicht schaffen wir es mit dem bisschen Bunny Hopping Äh Bunny Hopping sage ich schon Mit dem bisschen Rumspringen Außer man bleibt natürlich überall hängen Das ist natürlich wieder logisch Ach leckt mich doch Boah man das hätte gerade Das hätte gerade ein so guter Run sein können Geht doch Alter Da kriegst du auch echt Asthma Oh da hinten Da hinten ist Unverwundbarkeit Dingsabumster Ist garantiert ein Secret Von da Ja Ja da kommt mal hin Ne ist kein Secret Meine Unsterflichkeit hält nicht ewig Aber wahrscheinlich ist es auch genau dafür gedacht Ja Ach man leider Boah kriegst du schon wieder Asthma Ich hatte diese Sachen die so random sind So jetzt nehme ich die Frage Wärts jetzt intelligenter hier lang zu gehen Kommt man hier auch relativ schnell nach Hause Oder Wärts intelligenter Das sind jetzt die beiden Sequels hier Das heißt wir haben 5 von 6 5 von 6 Sequels haben wir jetzt Äh halt nein da lang Doch genau hier kommt man auch relativ schnell wieder zurück zum Ziel Ne kommt man nicht Wo man nämlich hier rücken muss Äh Also auch schon wieder A und G verbunden Hä War das so Falsch abgebogen So muss ich laufen Tada Geht doch So und hier rüber kommen wir jetzt nämlich wieder zum Ziel Das wird eine ultra lange Folge Und das nur damit ich wirklich fürs nächste Level Fürs letzte Level voll aufgepumpt bin Was eine Verschwendung Ach ich hätte auch hier lang laufen können Ich wollte Egal Ist egal So volle Munition kriegen wir leider nicht Weil dafür gibt es in der Map einfach zu wenig Munition Oh ist er wieder auf Okay Wow Das war natürlich wieder super Komm wir gehen einfach direkt hier rein So hier mussten wir jetzt Hier nicht lang ne Ah doch genau hier mussten wir auch lang Auch wenn ich grad nicht mehr weiß wo uns das Ding jetzt hingeführt hat Aber auch diese scheiß riesen Labyrinth oder Und so wie ich mein Glück kenne Sind hier noch ein paar von diesen Lost Souls drin Ist hier noch ein Secret? Ja Also Secret nicht Aber zumindest Munition So und jetzt der Weg raus Der müsste dann Oh Gott Hier lang führen Ach wow Okay Hätten wir doch gleich hier lang gehen können Hätten wir das auch geklärt So und jetzt geht es auf den Leer Ach du Scheiße Auf den letzten Weg Gleich in seinem Ziel Und fallen erstmal die Lava Oh die sind immer diese Überheblichkeit kurz vorm Ziel Das ist immer so Das ist richtig so Willst du mich jetzt ficken? Jetzt kann ich nicht mal mehr an so einer Wand Wand lang klettern Alter das gibt es doch gar nicht Okay File-Serve-Strategie Hallo Bleib dir auch nur wo hängen Alter die Clubs ja Der Boden ist Lava So ab und ziel Hier oben war ich dann Wollte ich mein Glück kennen Und wir garantiert in die rote Suppe reinfallen So zum Beispiel Spaß Ach siehst du wir sind immer reingefallen Ah Hallo Wo bin ich da drauf Ach ich bin hier auf der Kante drauf gelandet Super Super Okay Wäre auch schön wenn hier nochmal Secret wäre Hä das haben wir nicht gespeichert Nicht gespeichert Sie haben Ach komm ich jetzt egal Wir haben Wir haben alles was wir Äh was wir Ja hallo Achso Falsche Tasse Vor allem ist jetzt wenn man 8 ne Wir haben die Secret Map gar nicht gefunden Egal Secret Map ist auch egal Mal gucken wie lange wir jetzt hierfür gebraucht haben Also eine ganze Weile Boah alter eine Stunde geht die Folge Halleluja Na dann bis zur nächsten Folge Die wird hoffentlich kürzer Tschü